Wir kaufen zu sechst ein und die Kassierin entscheidet, wer von uns zahlen muss. Was ist das bitte? Kauft ihr für ganz Portugal ein? Nee, nur für morgen Frühstück. Eins ist klar, das wird richtig teuer und ich habe Angst, dass wieder ich zahlen muss. Theo, deine Karte. Deine Karte. Gut, geht dein Karte. Theo, bitte noch deine Karte. Oh mein Gott. Die Tüten sind schon voll. Und da geht's noch weiter. Wir sind schon bei 164 Euro. Das wären über 200 Euro. Ganzes Kindergeld geht drauf. Leute, jetzt muss ich das bezahlen. 5, 8, 3, 3. Thank you. Bye, bye. Das kann ich jetzt als Taschentuch benutzen. Und alles voll viel Rotze rausgekommen. Ey Jungs, seid mal bitte in schlechten Zeiten für mich da. Jungs, mir geht's finanziell nicht gut.